Wichtige Daten wollen sicher transportiert werden. Um Ihr empfindliches Notebook unterwegs bestmöglich zu schützen, sollten Sie deshalb auf diesen wasser- und staubdichten Koffer setzen. Die praktischen Schnellverschlüsse halten den Koffer zuverlässig verschlossen und gehen nur dann auf, wenn Sie es wirklich sollen. Die Verstärkungsrippen an der Außenseite stecken Stöße und Erschütterungen problemlos weg. Dem Wert von Inhalt passiert nichts. Die großzügige Innenpolsterung und zusätzlicher Würfelschaumstoff halten Ihren Notebook sicher an Ort und Stelle. Die passgenaue Polsterung verhindert das gefährliche Verrutschen des Inhalts. Der Koffer hat ein Volumen von ca. 32 Litern. So passen auch Ladegerät, Webcam, Maus und Co. bequem in den Transportbehälter. Durch die extrem zuverlässige Gummidichtung ist das Innere des Koffers perfekt vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Stürze und Erschütterungen fängt die stabile Polypropylenhülle souverän ab. Wenn Sie viel unterwegs sind, werden Sie das Druckausgleichsventil zu schätzen wissen. Es sorgt für leichtes Öffnen des Koffers nach großen Höhen oder Temperaturunterschieden. Ein unverwüstlicher Begleiter, dem Sie Ihre wertvolle Technikausrüstung beruhigt anvertrauen können. Also schlau sein und schnell bestellen!